Wir sind zwar... Holzkuchen, wir sind vielleicht nicht die besten Zeitungsausträger, ne? Ich hab schon Bild. Aber wir sind ein eingeweihtes Einweihungskomitee. Das ist übrigens keine vernünftige Mapper, weil ich nicht. Mir hätte es eben mehr Spaß gemacht. Ich hab jetzt schon keinen Spaß mehr. Ich will nicht mehr hecken los. Nach Hause. Ich bin auch komplett perplex, weil sich die total weggeruckelt hat und bin einfach tot. Tauks immer noch auf, damit ich mich schleppt hab? Ja, ich hab ja jetzt eigentlich vor, um meinen PC zu kaufen. Ja, da kennt ihr die Person, die kann das echt gut, Alter. Kleiner Tipp. Colin, rede nicht damit. Über das Thema. Also ich hatte vor so einen AMD Adlon 2. Wenn es ein X2 ist, dann ist es nicht schlimm. Wenn du halt ein sehr günstiges haben möchtest. Alles klar, du Buster. Aber du solltest auch, wenn du meine Gegenwart über PCs kaufen, reden, weil sonst laber ich den Ohr ab. Eben, das wollte ich gerade damit ausdrücken. Weißt du was, wenn du mir einen für 200 Euro zusammenstellst? Kannst du jetzt jeden Tag machen? Das könnt' ich sogar. Hauptsache, ich krieg den. Das könnt' ich sogar. Natürlich denn nur für CSGO und LOL und so, ne? Weil 200 ist ein bisschen, bisschen wenig. Low budget. Jo. Sehr low budget. Ich krieg mir noch nicht meine Grafikart. Aber ist möglich. Das ist ein Witz. Ich hab's geguckt, kannst du mich vielleicht auch mal was machen lassen? Ja, dann mach jetzt. Okay. Ich war wieder der Typ der Vorrenner, aber. Bin ich jetzt für das Mobbing-Opfer. Wo ist'n der? Der ist oben bei uns jetzt am Spahn. Echt? Ja, ja, ja. Dann soll ich vielleicht in den Wasser springen. Ey! Du hast meinen Freund getötet. Wo ist er denn? 70. Hab ihn nicht gesehen. Wo ist er denn? Oben drauf. Oh, da. Oh, da. Okay. Ich glaub ich bin gefunden. Okay, machen wir ohne Sniper? Ja, ohne Sniper. Ist so langweilig. Ich diggle sowieso nur, Alter. Hier, AK weg, ey. Braucht' ich gar nicht. Ah, nein. So ein Rammes, ey. Hier, diggle only. AK und diggle only, ehrliches. Okay. Ich will ja nicht sagen, ne. Die Neger ist nicht so dein Zuhause, Alter. Das solltest du mir überlassen. Das kann. Ah, mir überlassen. Ich weiß nicht, ob das sie gesehen hat, ne. Ich hab's gehört. Nein, du musst es dir so vorstellen. Nein, du musst es dir so vorstellen.